So, ja, das ist jetzt ein Gedichterl über die Vampire, ja, brauchst nicht der Nacht rausgehen, dann kommen sie dir eh alle entgegen. Vampire sind ja wie jeder weiß, nichts anderes als wie ein Fliedermais. Sie hängen in der finsteren Höhe und tanzen alle Hände schön. So fragt eine noch, wie geht's? Da sagt die andere, hörst, ich hab jetzt. Leider hab ich mich nix geschissen und wolllos überall umeinander bissen. Ein zweiter meint, mir geht's noch Arscher, weil ich hab Blut gesagt, he, 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 bei einem Forscher. Ja, weil ich glaubt hab, dass der fit ist. So, und jetzt hab ich Hepatitis. Ein dritter meint, auch mich hat's getroffen, weil ich hab bei einem Sandler gesoffen. Und das war nicht besonders klug. Ich bin in Koexburg auf dem Zug. Da sagt die vierte Fliedermais, bei mir schaut's noch viel schlechter aus. Seit ein Jahr, bei sie, wo's so ist, unsere Politiker in Hohes. Ich schwör euch, des hat auch nix gebraucht. Jetzt bin ich deppert für die Nacht. hä, 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 hatte, hä. Vielen Dank.